Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Rush Origins und wir verschwenden keine Zeit. Jetzt war ich voll verwirrt, warum blinken da Sterne? Aber wir haben ja alles, das heißt wir probieren Magtans Rückzug noch einmal. Das ist jetzt das letzte Level, wo uns noch ein Stern fehlt. Alle anderen Level haben wir jetzt perfekt durchgespielt. Genau. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt das letzte, wo uns noch was abgeht. Also wo uns nicht einer abgeht, sondern wo uns noch was abgeht. Entschuldigung. Genau. Und dann haben wir es grundsätzlich mal wirklich fertig, also von den Leveln her. Dann noch die zusätzlichen Herausforderungen, das sind dann aber auch nur noch fünf Stück, glaube ich. Und dann sind wir tatsächlich komplett fertig. Ja, dann fehlen nur noch die Errungenschaften. Aber wie gesagt, da muss ich dann mal gucken. Also du musst dann vorher natürlich gucken, welche wir machen können, weil ich meine, wenn ich es mir erst im Video durchlese, geht es auch viel Zeit, eventuell flöten. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Genau, ehrlich gesagt, an das Level erinnere ich mich fast gar nicht, muss ich jetzt sagen. Also ich meine, ich kenne es noch so vom Aufbau her. Aber ich muss zugeben, es sagt mir jetzt gerade nicht so viel. Deswegen schwierig, was man da baut. Ich glaube aber, mit den drinnen ist hier wieder dämlich. Deswegen machen wir mal hier einen Bogenschützen hin. Genau, und Magdans zeigt sich in dem Level, glaube ich, die ganze Zeit ab, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, genau. Noch eine Barakke, oder reicht uns das? Da habe ich gar keine Erinnerung mehr an das Level. Ich weiß auch leider nicht mehr, wo das Problem damals lag. Letztendlich muss ich mir das einfach anschauen, bevor wir das so ein Level nochmal spielen. Aber eigentlich ist es so lustig, aber sonst, wenn ich sie schon weiß, also was heißt weiß, ich meine, wie soll ich wissen, was das Problem war, wenn ich verloren habe. Aber grundsätzlich mal, muss ich nochmal Gedanken machen. Aber... Ja, weil wenn dann... Nein, na! Achso, weil doch, nee, das passt schon. Oh, ich dachte jetzt kurz, ich habe den Droiden gebaut. Ne, genau, dann mache ich nämlich noch einen zweiten Droiden hier hin. Und dann starten wir das ganze mal. Jetzt fängt es erst mal den Spinny Boys an. Genau, die sind schon ziemlich stark. Schaut euch mal an, wie meine Reinforcements down gehen, Alter. Holy moly. Gar nicht mal so schwach. Also wirklich ziemlich stark. Ja, what the fuck, Alter. Brauche ich tatsächlich meine Fähigkeit, sonst sähe es hier schon fast ein bisschen schlechter. Sobald man sagen muss, ich habe die Barakke nicht geupgradet. Stimmt, das ist immer gleich der erste Schritt, ich vergesse es fast jedes Mal. Aber von knapp kann jetzt auch nicht die Rede sein. So viele Ressourcen, wie wir noch übrig haben. Genau. Oh, Leute, hier ist ja noch ein Turm frei. Hoppala. Ähm, was machen wir? Ich würde fast sagen, machen wir trotzdem auch noch auf Bogenschützen. Heute mal wieder eher auf Bogenschützen setzen, als auf Magier. Naja, aber gegen Spinnen ist Magier immer so, nein, also, nein, gegen Spinnen ist Magier nicht gut, deswegen weglassen. Also nicht weglassen, aber vernachlässigt auf jeden Fall. Also kann vernachlässigt werden. Genau. Oh, der Dämon ist weg. Oh, der hat gut dafür gesorgt, dass da quasi gar nichts durchkam. Passt. Zunächst, ja, passt. Ah, verdammt nochmal. Ja, stimmt, hier unten stehen ja sechs Leute. Ich dachte mir gerade kurz, das sieht so komisch aus. Jetzt muss ich mal das hinstellen, mal sonst. Check ich's nicht. Ach, machen Abgang, Dude. Ja, wir können auch von mir aus so die Szene hier einfach machen. Und gegessen ist es. Genau, das sind jetzt alle der Level ab, die, ähm, Baracken. Das heißt, ich kümmere mich als nächstes um die Droiden. Äh, wie schon so oft gesagt, macht es keinen Sinn, Droiden hinzustanzen, wenn die dann nichts tun. Was man noch mal in der Arachnum-Manse? Das wird, ach ja, genau, der, wo die beschwört. Passt eigentlich. Ja, wenn das jetzt eh nur links kommt, dann ist es nicht so tragisch. Na ja, genau die Typen. Die kamen aber glaube ich fast nur in dem Level vor. Oder, ja, wobei, ne, in dem letzten Level kamen wir glaube ich auch noch vor. Naja, nein, wer meint. Oh, Leute, wir machen 800 Gold. Ähm, machen wir trotzdem mal hier noch ein bisschen was anderes hoch, weil sonst, also nur die Droiden ist jetzt auch wieder, too much. Und dann, was meint ihr? Klassische Runebären? Oder, oder mal wieder den Nirwurz hinstellen? Äh, Wirwurz? Ich sag's jedes Mal falsch. RIP. Aber ist egal. Nope. Ja, ich würde sagen, Erztroide. Klassischen Erztroide. Oh, drei drinnen. Die müssen wir natürlich direkt fertig machen. Oh, oh. Alter. Läu hat den Arachnomans einfach fertig gemacht. Wie nice ist das denn? Also Westmann hat ihn einfach desintegriert. Nope. Und wir können gleich beide Bären machen. Das ist gut. Genau. Ah, was? Wurde der vergiftet oder was? WTF? Der war gar kein Gegner mehr, der ist einfach drauf gegangen. RIP. Ach, come on. Ähm, ja, aber ich glaube, hier mache ich Wirwurz hin. Weil hier macht's nicht so viel Unterschied, ob da jetzt nochmal zwei Bären stehen, weil da eh eigentlich so gesehen nichts ist. Das ist einfach nur eine freie Fläche. Also, beziehungsweise halt, da kommen halt sehr viele Viecher auch durch. Und da machen jetzt zwei Bären mehr oder weniger. Aber vermutlich nicht den Unterschied. Deswegen würde ich sagen, würde es sich da mehr anbieten, wenn ich die hier auf jeden Fall wegmache. Und dann wir Wurzeln stanz. Und auch gleich die beiden Upgrades. Ohne die ist eigentlich ziemlich schlecht. Also, nein, was heißt schlecht? Aber er ist mit denen auf jeden Fall besser. So, die Boys hier werden direkt mal vom Dämon wegge... jetzt. Oh, was ist hier unten los? Was ist hier unten los? What the fuck? Wollte es grad sagen, jetzt enttäusche mich nicht. Keiner auf den da unten geschossen hat. Und dann auf Bluten. Das müsste eigentlich reichen, dass der da unten geht. Ja, locker. Okay, ja, war schon das erste Knäppchen. Und dann geht's doch schon direkt weiter. Aber ich ziehe die... also, die Wellen haue ich jetzt auch schon wieder ziemlich schnell durch. Also, da könnte man sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen, theoretisch. Jetzt macht er die Feuergranate dahin, wo einfach gar keine Gegner stehen. Fast schon so. Ja, stimmt. Ich glaube, hier rechts war sogar das Problem. Oder eher das Problem. Nope. Da kommen die jetzt schon die ganze Zeit durch, die Typen, ey. Okay. Das kann ja nicht wahr sein. Warum ist was da drüben so schlecht? Ist ja alles zu niedrig upgradet oder was? Okay. Oh, oh. Okay. Jetzt zeige ich meine beiden Fähigkeiten zwar ziemlich gewastet, aber... Alter, what the fuck ist denn los? Die haben ja gar keine Chance, meine Soldaten hier. Die sind ja wirklich viel zu schwach. Kann ja nicht wahr sein. Die haben ja legit keine Chance. Ist doch ganz ernst. Ärgerlich. So, das ist echt ärgerlich. Wow. Steigt mir für eine Party. Keine mehr. Richtig. Alter, hier drüben ist einfach alles blockiert von diesem Scheiß-Zwilicht. Das sind die Auspeitscher, die blockieren, Alter, ey, ohne Scheiß, ich kann mal die, ich weiß nicht warum, also ich weiß es schon, welche die richtigen sind, aber ich sag's immer falsch, das nervt ziemlich. Ich weiß nicht wieso, weil ich's am Anfang einmal falsch gemerkt hab und dann ist es einfach RIP. Dann ist es einfach RIP. Hier auf jeden Fall einen Arkanenbogenschützen und ja gut, hier oben macht einen Langbogenschützen nicht so viel Sinn eigentlich. Ja, wobei doch, jetzt in dem Fall könnt ihr den Lamm nochmal drauf schießen, theoretisch. Aber hier ist nichts zum Aufhalten, also eigentlich auch wieder nicht. Hm. Difficult, Difficult, Lemon Difficult. Ja, passt. Spiel halt mal auf Risiko, dafür gibt's auch eine Menge Geuters Belohnung. also wirklich eine ganze menge und wenn wir den zauber einfach noch mal den bild direkt wieder und dann genau die beiden dinger wollte ich nach bauts leider alles klar bauen dann für den ich mir wieder fast auf stufe drei hier drüben links noch hier aber liegen seite ohne scheiß rechts ist viel schlimmer links ist halt voll gut eigentlich obwohl ich dachte dass er hier das problem sein wird wegen zu wenig soldaten die aufhalten aber war es eigentlich überhaupt kein problem sei wirklich nur rechts das problem jetzt läuft er da unten lange 918 ich weiß nicht ob sich ein goldener langbogen schütze lohnt ich mache es einfach mal und genau noch die sphären und an den one shot müsste ich auch was gehen da oben dann auch genau kommen wir gerade so vor ist es eigentlich so ziemlich unser setup vom letzten mal gewesen also ich habe gerade so einen leichten deja vu moment gehabt dass du die beiden türme hier oben und unten angeschaut habe aber kann also kann schon sein aber ich glaube jetzt eher nicht also ein bisschen anders wird schon gewesen sein sonst wird es mich echt wundern aber eigentlich durch unsere verbesserten fähigkeiten müssten wir fast jedes level problemlos schaffen wenn wir jetzt nicht komplett fett brained da werde ich magier aus immer von beiden seiten sind nicht mehr klar die spinnen hier haben also fast alle spinnen haben eine hohe magieresistenz aber andererseits ist halt auch so der magier mit seinen sphären der kann einfach mehrere gegner gleich angreifen und macht er trotzdem an so viel schaden auch wenn der schaden natürlich viel weniger ist also zu einem gegner der keine hohe magieresistenz macht er trotzdem immer noch so viel schaden eben dadurch dass er mehrere gegner gleichzeitig angreifen kann mit den sphären und auch über eine extrem große distanz was kommt da jetzt alles zwielicht rächer alter ach so nein moment die rächer sind ja die typen den schwertern ohne scheiß jedes verdammte mal ich weiß nur nicht was ich hier abgrenzen soll hier unten bei den soldaten weil ich muss eindeutig etwas upgraden wird einfach zu viel durchkommt ich weiß einfach nicht was jetzt echt wegen dem also ich meine ich hätte jetzt auch den dings machen können dämon aber bei dem bin ich mir unsicher ob der jetzt wirklich auffällt oder ob der nicht wieder verkackt das ist immer das problem noch mein mein aber ja was machen wir hier na gut die haben schon 24 bis 36 schaden ist schon heftig eigentlich wir machen es mal aber wir stellen die dann auf jeden fall nach hinten das geht jetzt gerade nicht anders weil der andere kontrolliert ist immer noch genau stellen wir die ein bisschen weiter vor und upgraden die hier genau und die heilung ist auch nicht schlecht heute immer ein bisschen nein genau aber was zum teufel ich habe es zugelassen wird jetzt macht das wieder so oft jetzt muss man einfach genau aber die bombardieren einen wirklich echt immer mit gold ist so krass die anderen die lasse ich erst kurz so da sind schon wieder alle drauf gegangen die soldaten das könnte man noch upgraden 900 gold habe ich nur noch baraten smart green aber auch noch eine welle 10 bis 14 mittel haben 200 leben ich weiß nicht irgendwie es überzeugt mich nicht so wirklich muss ich zugeben warum heilig du bist low life tut er leuert sich gehalt kurz bevor er drauf gegangen ist ok das ist die letzte wave tatsächlich und wir haben sehr viel geld ist es nicht glücklich zu viel die leute hier um zu hoffen ja ich würde sagen wir lassen die baracken jetzt einfach so wie sie sind das passt schon so da geht wieder unten durch das portal der typ hier unten wird schon wieder so kritisch es ist so heftig ich hab da eigentlich so viel blockaden so viel schaden auch das bringt einfach nichts nicht auf die reihe hier unten zu verteidigen die typen wow jetzt soll ich schon das auch wie gehört aber es wird dann einfach nicht weniger aber gut warum beschweren ein problem ist das ganz sicher nicht ich finde es nur schade bei den baracken dass sie es einem so die wahl gelassen haben entweder du nimmst 2 die fernkämpfe machen können alle fernkampf angriffe oder du nimmst 3 und die können dann aber gar nichts also gar keine fernkampf angriffe machen auch nicht so ab normal viel schaden gut mit den fähigkeiten dann aber so grundsätzlich machen die nicht viel schaden leider aber ich glaube das war es jetzt eh schon kein einziges leben verloren easy unter 20 minuten das war eine ziemlich gute Zeit oh lol erreiche alle Sterne der Kampagnenabschnitte und die Stadt des Überflusses haben wir auch noch 2 Errungenschaften jetzt damit abgeschlossen also ja Errungenschaft City muss man eigentlich einfach nur das Spiel komplett durchspielen da hatten wir eigentlich schon sehr viele also fast alles vielleicht übertrieben weil es gibt ja doch einige Versteckte aber ja hast schon viele dann genau hier dann setzen wir noch die Heldenhafte gefehlt oder naja wobei es jetzt auch wieder blöd wenn wir jetzt beim letzten Level weitermachen oder naja ne machen wir jetzt erstmal bei dem Level weiter machen wir das Level jetzt einfach komplett durch Heldenhaft und also dann müsste eigentlich noch passen genau und ja Setup ihr kennt mich ich bin langweilig ich liebe dieses Baugeräusch Alter ich weiß nicht wieso aber eigentlich können die auch hier oben stehen das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee je eher desto besser holy moly es geht aber gut los hier geht ganz schön rein gleich am Anfang ja holy moly ok und hier mach den fertig mach den fertig mach den fertig mach den oh ok eindeutig etwas herausfordernder nicht ganz so chillig wie das Level davor aber es ist eigentlich schon wieder nur noch die Indoor schon wieder nur die rechte Seite ja wahrscheinlich ist das Setup auch einfach übelst schlecht aber kann ich mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen also das ist so ultra schlecht das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen aber irgendwas wird wohl das Problem sein sonst hätten wir keins und dann überlegen du ihnen sind halt so farg teuer es ist das hätte ich auch ein bisschen würde es gab früher immer soweit ich weiß reduziert die Kosten bei den Sternen also es gab das glaube ich für alle vier Türme und hier gab es das glaube ich nur für die Baracken dass die ein bisschen günstiger geworden sind beim Bauen aber alle anderen sind gleich teuer geblieben fand ich auch ziemlich schade das war eigentlich auch immer so ein klassisches Ding aber ja wenn es dann zu günstig wird dann ist auch wieder das Ding dann ist halt auch wieder zu einfach also zu einfach in Anführungszeichen halt deswegen weiß man halt auch nicht aber ja das vermisse ich auch ein kleines bisschen das Ding ist krass wenn es klafft und wow ja alle drei Soldaten waren weg alter kein Wunder das ist ja schon so kleine Spinnen wie hier durchkommen oh nein jetzt geht es da drüben auch schon wieder RIP oh oh jetzt haben wir wirklich ein Problem jetzt brauchen wir sehr viel Gold äh sehr viel cooldown Zeit ja meine Reinforcements ich muss jetzt permanent da runter schicken reicht gerade so jetzt darf hier drüben auch nichts Schlimmes passieren oh oh also das war jetzt halt wirklich legit einfach nur ein ewiges abwarten dass der Typ da unten es nicht schafft aber der Turm ist heftig weil wenn der den Buff raushaut betrifft es sechs Türme oder so das ist ziemlich krass so jetzt muss ich unbedingt hier drüben upgraden all mein Gold jetzt in die rechte Seite stecken sonst wird das ein klassischer Loose fürchtig okay besser dann muss sie rüber wegen dem Zwielichtgold alter was also das das ist was 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 hau 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 Drauffauen soll er aber schon auch, der denkt auch, er kann sich hier ausruhen. Na okay, jetzt müsste es aber eigentlich reichen. Dämon und Vesnan gegen ein Zwilligtohlen, müsste eigentlich passen. Eigentlich war der Droide hier eine Fehlinvestition, aber er hat leider nicht genug. genug Gold für alles. Ich wundere uns sehr, wir haben den einen Droiden schon quasi fertig in Anführungszeichen mit den Bären auf jeden Fall und haben heute noch einiges vor uns, das ist die komplette letzte Welle. Ah, die Zwilligterwecker, die gehen mir gerade übel zu dem Sack, dass die immer noch da sind. Okay, schon besser. Nein, da oben die Zwilligterwecker hat es nicht wirklich getroffen, schade. So, den da noch fertig machen. Hm, wie ist das andere? Fertig machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Kiel, ready to kill. So und ich vermute, weil das war es jetzt eh schon. Das heißt, die beiden da hinten halten wir mal auf, dass die nicht wirklich was machen können. Oh nice, der hat seine Sphären rüber geschickt von ganz da drüben. Das ist sehr gut. Und am besten dann kommt er auch noch rüber. Dann dürfte es eigentlich ein easy win werden. Und noch mal den Buff rausgehauen. GG. Sehr gut. Ich frag mich nur, wo du noch die letzten Easter Eggs sind, weil ich habe eigentlich immer drauf geachtet, aber ein paar sind echt gut versteckt. Da muss man dann wahrscheinlich... Da muss man zumindest wissen, wonach man sucht. So und jetzt das Ganze noch als eiserne Herausforderung. Ähm... Naja, ich weiß jetzt nicht. Also hier haben wir jetzt halt keine Baracken mehr. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das machen wollen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir starten mit Bogenschützen. Machen dann Magier. Dann wieder Bogenschützen. Dann mach ich nämlich die Bogenschützen. Also das sollte jetzt überhaupt zu lange dauern, aber ja. Machen wir nämlich dann so, dass die Magie schwächer werden. Ach du heilige Scheiße. Okay. Auf jeden Fall schon mal ein Fehler in der Taktik anscheinend. Ja, das Tier hat die Magieschwächen von den Gegnern. Was dann nicht schlecht ist für das Level, weil ja vieles eine hohe Magieresistenz hat. Wird dann halt entsprechend mehr Schaden machen mit den Magiern. Und RIP. Wir haben schon verloren. RIP. Einer ist durchgekommen da unten rechts. Okay, zugegeben, hier ist das tatsächlich nicht so einfach, Alter. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das keine so schlechte Taktik ist. Vielleicht dann hier doch noch ein paar Schützen. Oder nicht überall hinbauen. Vielleicht ist sogar das der Schlüssel. Aber bisher hat es sich eigentlich gezeigt in den einzelnen Herausforderungen. Je mehr Türme du hast, desto besser. Nicht ganz so viele Magier. Ja, und dann hier jeweils ein Bogenschützen relativ hoch schon upgraden. Hier hinten. Jetzt kommen sie alle hier drüben. Heilige Scheiße. Also es ist echt... Vor allem Western ist schon da. Ja, hier macht wahrscheinlich auch sogar Western keinen wirklichen Sinn. Hier macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man einen Helden nimmt, der gute Blockierfähigkeiten hat. Also dass der halt viel beschwört oder viel macht einfach. Ist wahrscheinlich sinnvoller. Aber gut, kommt auch immer drauf an. Ich meine, es muss nicht zwangsläufig heißen, dass es viel besser ist oder dass es überhaupt besser ist. Alter, der übertreibt jetzt aber hier ganz schön mit seinem Abseilen. Ja, Abseilen. Okay, der Dämon hier, der könnte ein Problem werden. What the fuck? Der läuft halt einfach umgehend da durch. Ich kann ihn halt nicht aufhalten. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, nice, dass der Port kam. Genau. Eben deswegen, dass ich den ein bisschen bei dem Kristall halte. Aber jetzt ist echt ätzend, weil es hier auch noch einer ist. Ein Zwielichterwecker. Der könnte mir auch ganz schön auf die Nerven gehen. Oh, da kommt noch viel mehr. Yes,gga. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und Codown kommt nicht mehr rechtzeitig. Schade. Man, was ist denn? Was muss wir hier legit nur... Ey, wir machen es jetzt einfach mal. Das haben wir doch schon mal gemacht irgendwo. Machen wir jetzt mal legit nur Burgenschützen. Holy shit, die sind so günstig, dass wir jetzt noch 1000 Gold übrig haben. Und dann machen wir einen, also den zentralgelegenen auf jeden Fall schon mal hoch. Genau. Und graden die anderen nach und nach erst ab. Und hier stelle ich gleich schon mal den Dämon rein. Was gleich wieder kritisch werden wird. Wir suchen natürlich den besten Turm gleich snackt, Alter. Klasse, oder? Das ist wirklich nett. Wenn das hier die Taktik ist, dann muss ich schon wieder sagen, Ach, kann ich nicht so gut heißen. So was finde ich langweilig und eher ätzend. Aber es scheint tatsächlich relativ gut zu funktionieren. Okay, jetzt kommen gleich die Zwielichterwecker genau. Das heißt, ich probiere hier schon mal die... Ah, nein, fuck. Aber gut, der Turm da drüben ist jetzt nicht so üsrowichtig. Aber Alter, wie soll ich den da aufhalten, den scheiß Zwielichtgolem? Ich brauche mein Ding. Ach, komm, nein. Alter, warum passe ich denn nicht da auf? Komm, einfrieren hätte er müssen. Scheiße. Come on. Nein, das machst du ganz sicher nicht. Ja, ist halt schwierig. Du hast auf beiden Seiten einen fast ungesiegbaren Gegner. Ja, und der Dämon, der hat noch einen viel zu langen Cooldown, fürchte ich. Und Weston ist auch noch down. Oder schon wieder down. Keine Ahnung, was bei dem läuft. Ja, der Dämon kommt erst in 15 Sekunden oder so. Ja, den Dämon darf ich gar nicht am Anfang machen. Alter, das Level... Okay, jetzt fuckt es mich langsam ab, muss ich sagen. Vor allem, wir sind doch schon eigentlich über der Zeit. Ja, ich würde auch fast sagen, dann machen wir es einfach nächstes Mal. Sorry, aber sonst dauert es jetzt einfach zu lang. Gut, dann bedanke ich mich für's Zusehen. Macht's gut, das Rennen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.